Frenkel frottelt. Heute. Let's Play Happy Wheels. Ich bin ja selber nicht mehr der Jüngste. Die anderen Teilnehmer... Hach, ich könnte deren Vater sein. Ich bin dein Vater. So. Es gilt hier, Charakter durch verschiedene Levels zu buxieren, ohne... Ja, ohne einen Unfall zu haben. Und ich steuere mit den Pfeiltasten und in dem Fall bei dem alten Herrn im Rollstuhl kann ich mit der Space-Taste den Düsenantrieb aktivieren. Und das sieht übrigens leichter aus, als es ist. Ja. Also, ich finde das Spiel ja nicht gut. Das ist ja gewaltverherrlichend, also... Das kann ich nicht gutheißen. Okay, jetzt kommt... Ah, kommt, ist nur ein Kratzer. Shit. Ich habe ja im Rahmen dieses Let's Player Battle Contest nur 5 Minuten Zeit. Deswegen wäre es ganz angebracht, mal ein bisschen weiter zu kommen. Habt ihr gesehen? Die Eingeweide, die Darmschlingen, wie sie durch die Luft gesegelt sind. Finde ich nicht gut. Ah, ah, okay. Und komm, Braids hat er gesagt. Komm, ist nur eine Fleischwunde. Also, ich möchte doch bitte darum bitten, ja, wenigstens etwas mehr als einen Level zu schaffen. Ei, 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 komm, jetzt, jetzt, yes, yes, yes! Ich bin Gott. So. Wir gehen gleich zurück ins Menü und suchen uns den nächsten Level. Da tun wir gar nicht mal lang rum. Battle Run! Äh, Quatsch! Bottle Run! Ich habe heute wieder Lese-Schwierigkeiten anscheinend. So. Ah, der Vater mit dem Sohne beim Fahrradfahren. Das ist sehr schön, weil... Uiuiuiui! Ich bin nämlich gerade erst vor sechs Wochen Vater geworden. Deswegen ist es doch eigentlich ganz gut, wenn ich das hier mal üben kann. Ah! Ich fürchte nur, wenn meine Frau das sieht, dann kriege ich auf Lebenszeit Kindesentzug. Okay, also der Level ist mir... Der ist mir... Ah gut, einmal versuche ich es noch. Komm. Ich kann ja irgendwelche anderen Tasten noch drücken, oder? Ja, dieser Level ist dein einziger Unfall. Das Spiel lebt offensichtlich davon. Ähm, so ist das ja mit Unfällen. Keiner möchte sie sehen, aber dann muss man doch immer hingucken. Was haben wir denn hier Schönes? Äh, hallo? Äh, was war das? Äh, hallo! So... Ich meine, ich weiß zwar, dass ich die Reaktionsfähigkeit einer Valium-Tablette habe, aber... Äh, das ist ja wohl schon ein bisschen dreist. Ah! Okay, das ist wohl auch nicht so toll zum zeigen. Ja, darum gehen wir doch mal einfach zum nächsten Level über. Was soll's? Ah, da kann ich wieder einen Charakter aussuchen. Ah, ja! Da nehmen wir doch mal Sonntag Klaus, ja? Mit den schwulen Elfen als Zugtiere. Wenn das nicht lustig ist, dann weiß ich auch nicht mehr. So. Was muss ich jetzt hier machen? Wie? Das ist... Die verarschen mich doch, oder? Moment, da muss doch noch irgendwas anderes zu machen sein. Hm. Komisch. Aber anscheinend... Warum hänge ich jetzt? Okay, anderer Level. Das Schöne ist, man kann die Levels aussuchen. So kriegt man dann doch ein bisschen mehr zu sehen als nur einen. Das sieht ja langweilig aus. Mit dem Stackray hier. Das kann ich ja machen. Springen kann ich, ja. Ich habe ja noch andere Tasten. Shift zum Beispiel. Neuerung manchmal. Und auch die Taste Y. Aber das ist ja langweilig. Komm, hör mir auf. Ähm. Ich will was Lustiges. Was haben wir denn hier? Ja. Schauen wir mal, was das hier ist. Uh, das sieht aus wie eine Bombe. Ah, ja. Das sieht schon besser aus. Obwohl ich nicht weiß... Au! Ah! Okay. Also, ich muss an diesen Typen hier vorbei. Ich muss aber wahrscheinlich über die drüber springen, ohne, ähm, dahin zu scheiden. Was aber nicht so einfach ist. Also. Auf geht's! Hopp! Zack! Jawoll! Und... Oh, shit! Ich habe eine Axt in der Brust. Ha! Macht nix! Das... Oh, ich bin ein Harter. Ich bin ein Chuck Norris. Komm! Das tut doch gar nicht weh. Ich mache jetzt einfach weiter. Warum komme ich jetzt da nicht weiter? Komm! Fahr! Ja! Ui! Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Habe ich es geschafft? Habe ich es geschafft? Was muss ich denn jetzt hier machen? Ah! Ja! Ja! Und da ist die Zeit ja schon fast wieder am Ende. Ich starte schnell noch einen anderen Level. Ähm, ja. Die Fortsetzung könnt ihr gerne auf meinem Kanal gucken. Da spiele ich noch ein bisschen weiter. Bei Frenkel Frotzls. Ich verabschiede mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis demnächst! Das wollte ich nicht. Der blöde Level normal. Scheiße!